Guten Tag alle miteinander, wie geht's euch und herzlich willkommen zurück zu Let's Grotz, hier Dingens Kirchen. Vielen lieben Dank, dass ihr da seid, wir starten, meine Damen und Herren, mit... Ja, mehr Zerstörung. Also ich werde jetzt einfach mal so spielen, wie mir die... wie mir die Nase gewachsen ist, sagt man, der Mund gewachsen ist, irgendwas gewachsen ist jedenfalls, irgendwas langes, egal. Und da hinten geht dann auf einmal alles den Bach runter. Du hast den großen Schlüssel, damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Verstehe. Also ist dann quasi der Porno-Darsteller, aber ist egal. Ja, sicher. Ja, ich gehe mich mal besser verstecken, ne? Ja, ja, besser... Wenn die jetzt, wenn ich hinter diesem Vorhang bin, wenn die jetzt kacken geht oder so, ne, dann, Alter, nein. Du gehst jetzt nicht kacken. Keine Angst. Ach, ich, ich um Gottes Willen, warum würde ich Angst haben? 40 Bomben um mich rum, aber pfff. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Das hätte wirklich schief gehen können jetzt. Das Klo ist vor allem direkt daneben, heilige Scheiße. Also, versteheste? Heilige Scheiße. Ich bin schon mal beim Bahnstreik Bus gefahren, also ich hab... ich hab... ich ertrag alles, Alter. Ja, schrei nicht so rum, Herrgott, nochmal. Wer hat dich eigentlich erzogen? Oktopus oder was? Ist ja fürchterlich. Deswegen ist, wie gesagt, was zur Hölle habe ich erwartet? Oh, nein. Ich würde mal sagen, knackige Diarrhoem mitten in die Hose. Ja. Und Kruz. Der Typ, der die ganze Zeit labert, bin in der Regel ich. Nein. Oh, nein, nein, nein. Oh, oh. Halt doch mal deine verfickte Klappe jetzt. Du bist ja fürchterlich. Wieso dieser Typ, der Videospiele spielt und die ganze Zeit redet. Ist ja grausam. Meine Fresse. Nein, 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 nein Habt Spaß, ihr Beiden. Sehr schön. Oh, eine Landkarte. Ich habe Spaß. Ich möchte gerne mehr machen. Oh, wie toll. Was ist das? Was muss ich tun? Wo bin ich? Ich bin hier. Oh, wie cool ist das denn, Mann? Es ist so weit, meine Damen und Herren. Es ist so weit. Wir sind angekommen im... Nein! Wir sind angekommen im Nein, offiziell. Also als hätte ich dieses Land jemals verlassen. Das ist aber ganz schön knapp bemessen, der Raum. Aber okay. Das ist jetzt ein verfickter Scherz, oder? Nein! Oh, Mann! Ach, ey, ohne Scheiß. Das Level ist echt anstrengend, Alter. Oh, das sind wir sogar groß hierdurch. Ich weiß nicht, was fickt ich. Tschüss. Wir hätten gute Freunde werden können und viele tolle Geschichten miteinander erleben können. Aber stattdessen... Oh, ich sehe, worauf das hinausläuft. Oh! Jetzt machen wir ein Porno draus, ja? nein 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 okay okay Oh Gott was habe ich gesehen? Was tue ich mir an? Was tue ich euch an ? Lauf, 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 lauf Geh da doch. Du hältst dich da fest. Bitte, halt dich fest. Bitte. Bitte kooperiere. Oh! Was tue ich hier gerade, Alter? Wenn jemals ein Mensch durch diese Tür kommen sollte, ich rede überhaupt nicht wie eine Frau. Das ist ja auch die schönste Perspektive. Also was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Schön, dass da auch noch Dampf raus... Okay. Nein, 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 du dummes Schwein. Das muss ich jetzt auch noch richtig timen? Also sehr viel mehr gereimt habe ich glaube ich auch in meinem Leben noch nicht. Hey, hi! Ich bin mal eingebrochen mit dem Pin, der in deiner Schublade lag und so und hab deine privaten E-Mails gelesen. Aber störe dich nicht weiter an mir, ist alles okay. Okay, wir werden jetzt... Ich möchte jetzt Chaos sehen. Ich möchte jetzt mit diesem Trecker da hochfahren und dann muss alles kaputt gehen, Mann. Ich muss jetzt... Also entweder... Sehr schön. Oh nein, es fällt langsam aber sicher, geht alles dann doch noch den Bach unter. Joy, jede Menge Joy. Wer будет im nächsten Video sehen. Bis dahin, hoffe ich, dass dir das gefallen hat. Vielen lieben Dank, dass du da wart. Und hochwitze, aufwitze, aufwitzen Sie wieder. Ja, meine Damen und Herren. Was war das denn?